Irgendwann nach der Grundschulzeit wurde dir beigebracht, dass man einen Kreis in 360 Teile splitten kann und jeder dieser Teile einen Winkel von genau einem Grad besitzt. Ausgehend davon kannst du alle anderen Winkel konstruieren und hast dir über die Jahre sicherlich eine ziemlich gute Vorstellung zum Winkelbegriff aufgebaut. Neben diesem altbekannten Gradmaß gibt's aber noch eine zweite, viel allgemeinere Winkeldefinition, das Bogenmaß. Warum diese Definition tatsächlich besser ist, wie du von einem in das andere umrechnest, das schauen wir uns heute gemeinsam an. Und am Ende des Videos wirst du hoffentlich auch verstehen, was hier in dieser Animation so alles abläuft. Dass physikalische oder mathematische Größen durch unterschiedliche Einheiten beschrieben werden können, das kennst du bereits. Diese beiden Boote hier z.B. düsen einfach vor sich hin, bis es plötzlich zur gefährlichen Situation kommt. Kollisionsgefahr. Beide Kapitäne verständigen sich über Funk und werden sicherlich ihren aktuellen Kurs und auch ihre Geschwindigkeit durchgeben. Während du mit der Einheit des grünen Bootes sicherlich etwas anfangen kannst, sieht es bei der Geschwindigkeit des roten wahrscheinlich schon anders aus, 16,2 Knoten. Und doch beschreiben beide Geschwindigkeiten im Prinzip genau dasselbe. Man muss nämlich nur wissen, wie man das eine Kilometer pro Stunde in das andere umrechnet. Ganz analog dazu gibt's auch eine Umrechnung zwischen den beiden Winkelmaßen. Und ich hoffe, dass es für dich am Ende des Videos kein Problem sein wird, die 30 Grad im Gradmaß in die zugehörige Bogenlänge im Bogenmaß umzurechnen. Alles beginnt mit dem berühmten Einheitskreis. Und so wie der Name es bereits sagt, ist das ein Kreis, dessen Radius wir auf eine Längeneinheit festsetzen. Ohne uns dabei auf Zentimeter, Millimeter, Kilometer, was auch immer festzulegen. Zur Orientierung packen wir diesen Einheitskreis noch in ein Koordinatensystem und fertig ist das Setup. Die Definition des Bogenmaßes beginnt nun mit der Länge des Radius. Diesen schnappst du dir und wickelst ihn quasi entlang des Kreises auf. Die Länge des so entstehenden gelben Bogens stimmt nun natürlich mit der des Radius überein, ist also genau 1. Neuer Begriff, die Bogenlänge B-Alpha ist 1. Neue Erkenntnis, wenn ein Winkel im Bogenmaß angegeben wird, dann betrachtet man diese Bogenlänge. Wie lang ist der zugehörige Bogen am Einheitskreis? Der Winkel im altbekannten Gradmaß hingegen, das gebe ich jetzt erstmal vor, der besitzt eine Größe von ca. 57,30 Grad. Dasselbe Vorgehen wenden wir noch zweimal an. Erneut nehmen wir uns den Radius mit Länge 1 und wickeln ihn wieder am Kreis auf. So entsteht eine Bogenlänge von insgesamt 2 mit dem zugehörigen Gradmaß von 114,59 Grad. Beim dritten Mal läuft dann alles ganz analog. Die wichtigste Frage zum weiteren Verständnis ist nun, welche Länge der Bogen am Einheitskreis hat, wenn der Winkel im Gradmaß genau 180 Grad beträgt. Was also fehlt, ist dieses kleine Puzzleteil hier unten links. Dessen Länge beträgt ungefähr 0,14. Zumindest sagt das der Computer. Und wenn wir es ganz genau nehmen, dann kommen da noch ein paar Nachkommastellen hinzu, die dich in ihrer Gesamtheit hoffentlich an Pi erinnern. Na klar, die Länge des Bogens um den halben Einheitskreis rum beträgt genau Pi. Ein Ergebnis, das dich nicht überraschen sollte. Denn wenn man einen Kreis nimmt, außen ein Seil rumlegt und den Kreis abrollt, dann entspricht die Länge des Seils natürlich genau dem Umfang des Kreises. Und der ist ja bekanntlich durch 2Pi mal R gegeben. Da wir aber im Einheitskreis unterwegs sind, ist das R einfach 1 und die Multiplikation mit 1, die können wir natürlich auch weglassen. Wenn also 360 Grad im Gradmaß einmal um den Kreis herum 2Pi entsprechen, dann sind natürlich 180 Grad genau dasselbe wie Pi im Bogenmaß. Die wichtigste Erkenntnis dieses Videos, mit der man Winkel ineinander umrechnen kann. Wenn du z.B. einen Winkel von 122 Grad gegeben hast und das zugehörige Bogenmaß berechnen sollst, dann starte einfach mit dieser fundamentalen Erkenntnis. Dividiere zuerst durch 180, sodass links nur 1 übrig bleibt. Nun kannst du beide Seiten mit 122 Grad multiplizieren und diese 122 Grad mal Pi durch 180 Grad, die kannst du einfach in den Taschenrechner einsetzen und erhältst eine Bogenlänge von 2,13. Der klassische Dreisatz. Das funktioniert natürlich auch für andere Winkel, z.B. für 225 Grad, mit der zugehörigen Bogenlänge von 3,93. Oder aber für 71 Grad, bei der du am Ende eine Bogenlänge von 1,24 herausbekommst. Um also vom Gradmaß in das Bogenmaß umzurechnen, muss man sich nur den Winkel Alpha im Gradmaß schnappen und ihn mit Pi durch 180 Grad multiplizieren. Halten wir das mal fest und parken diese wichtige Formel hier oben in der Ecke. Andersherum vom Bogenmaß ins Gradmaß geht's natürlich auch mit diesem Dreisatz. Dafür muss die 1 aber auf der rechten Seite erzeugt werden. Du musst zuerst also durch Pi dividieren. Anschließend kannst du beide Seiten der Gleichung mit deiner vorgegebenen Bogenlänge multiplizieren. Hier z.B. 2,1. Die linke Seite dann ab in den Taschenrechner und zack bumm 120,32 Grad. Neben dem Dreisatz gibt's noch eine andere Methode, die ich für erstens erwähnenswert halte und dir vielleicht sogar zweitens bekannt vorkommt. Dabei bildet man zwei Verhältnisse. 180 Grad zu Pi muss dasselbe sein wie der Winkel im Gradmaß zu dem Winkel im Bogenmaß. Wenn du damit beispielsweise bei gegebenem Bogenmaß B Alpha das Gradmaß bestimmen möchtest, dann musst du nur über Kreuz multiplizieren und durch das übrige dividieren. Nochmal langsam. Über Kreuz multiplizieren, durch das übrige dividieren. Alpha ist dementsprechend die Bogenlänge mal 180 Grad geteilt durch Pi. Setzt du dort nun deine gegebene Bogenlänge ein, dann kommst du auch auf diese 120,32 Grad, die wir auch schon mit dem Dreisatz gefunden haben. Andersrum ganz genauso. Wenn du die Bogenlänge mit der Verhältnisgleichung berechnen möchtest, dann wieder über Kreuz multiplizieren und durch das übrige dividieren. Die Bogenlänge ist daher der Winkel Alpha im Gradmaß mal Pi durch 180 Grad. Genauso wie es oben rechts in der geparkten Formel steht. Ausgangspunkt für das Bogenmaß ist also der Einheitskreis mit Radius 1. Für die neue Definition eines Winkels schaut man auf die Länge eines Bogens am Einheitskreis. Eine Bogenlänge von 0,5 beispielsweise bedeutet, dass die Länge des Bogens genau der Hälfte des Radius entspricht. 180 Grad, also der gestreckte, altbekannte Winkel, besitzt die zugehörige Bogenlänge Pi. Der Bogen ist also Pi mal so lang wie der Radius. Beide Winkelmaße lassen sich mit einfachen Formeln, dem Dreisatz oder einer Verhältnisgleichung ineinander umrechnen. Und übrigens, Winkel im Gradmaß lassen sich im Bogenmaß nicht nur durch eine Dezimalzahl, sondern auch als ein Vielfaches von Pi interpretieren. Kommt sicherlich in deinen Übungsaufgaben vor und zeige ich dir ausführlich im nächsten Video. Für heute am wichtigsten sind aber genau diese beiden Aspekte. Das Bogenmaß vergleicht die Länge des Bogens mit dem Radius und ein Winkel von 180 Grad entspricht im Bogenmaß einer Bogenlänge von genau Pi. Stopp. Stopp. Vielen Dank.